Du bist mein Vater und du bist meine Kinder. Beziehungsweise dritten. Ah ja. Ja, stimmt. Also die zweite, die wir zusammen machen. Ja, wir fahren jetzt mal vor zu dem Murder Bricks. Das können wir irgendwie befreien. Nach unserem schönen Worldtrip hier zusammen, ne? Wir haben hier auch noch unser Auto stehen lassen. Was ist denn das hier eigentlich? Wann mal ganz kurz. Ah, das heißt wir machen jetzt hier die Kürbisform. Ah, Gegner, Gegner, Gegner! Ich muss immer erst den Controller ausladen. Hab ich! Fuck, Hund! Ah! Hab ich. Das Problem ist, hier ist eigentlich jeder ein Gegner. Ja. Na ja, dann fahren wir mal weiter, ne? Das Ding ist, ich hab halt gespielt mit dem Controller. Jedes Mal muss ich meinen Controller wieder weglegen und auf die Natur wechseln. Okay. Wow. Ahem, erst das Straße steht umgefahren. Ey, aber jetzt war man... Sina, ich glaub, Leertaste ist, äh... Was ist das Leertaste? Leertaste ist... Alter, was ist das? Was denn? Was? Es ruckelt die ganze Zeit so merkwürdig. Hä? Die F... Das war der Falsche. Ach, Mann... Ich komm nicht mehr ran. Ja. War nichts los. Was machst du denn nochmal? Ich hab einfach erstmal drauf geschossen und dann war ich... Boah! Einfach zweiter fahren. Ah, da kann man hier nicht mal in Ruhe einen Roadtrip machen. Also du weißt, dass das Tier das Land von der Todessekte ist. Nein! Ich hab die Infektion aus ihrem Auto rausgefügt. So, hier richtig schön mit KMH fahren. Ja, mit KMH. Ja, mit KMH. Ne, wir fahren jetzt richtig schön schön. Ähm, sind wir schon vorbei? Ne. Ne. Boah, das ist so geil mit dem Auto zu fahren. Ach, du hast schon wieder den Falsch gefüllt mit Leo. Warum? Weil du nicht guckst, wenn du euch... Du schießt einfach nur. Ich bin ein Held, Alter. So muss das aussehen. Boah, macht das fun. Alter, wie geil das da vorne auch aussieht. Alter, ja. Ich muss sagen, die Map gefällt mir auch richtig. Na, na Schatz, guck mal zu mir. Na, wie geht's dieser? Hey, sichtbar tatsächlich halten. Boah! Ähm, hier ist wieder der Drecksbulle. Oh, die haben hier immer Eif gehangen. Warte, ich will gucken. Ähm. Ist jetzt rausgespü... Alter. Boah, Alter. Zeig mal. Man, ich... Leo weiß, was ich eigentlich machen wollte. Ähm. Leo, auf den Ballers fluschen wieder. Boah, Mann. Leo. Ähm. Ich hab ihn kaputt gemacht. Alter, was sind die denn... Alter. Alter. Das wird psychopartenspaß, ne? Ja. Naja. Die werden wir jetzt mal eingehen. Naja... Es wäre ein Missverstand, würde ich sagen. Hm. Oder falsch, ungesehen. Ist ja im Grunde eigentlich nichts schlecht. Ah, ein bisschen droh. Leo, wir sind doch fast da, wir müssen nicht mehr. Wir müssen jetzt... Leo! Alter, lass mal ein bisschen taktisch vorgehen. Okay. Das Problem ist, ich hab keine Waffe, mit der ich taktisch vorgehen kann. Lass mal ernsthaft da spielen. Oh, fuck. Klar ist so ne Waffe. Ich hab keine Waffe, mit der ich taktisch vorgehen kann. Lass mal unentdeckt spielen zu bleiben. Okay. Surrounded. Vorne ist einer mit... Okay, er bewegt sich jetzt. Wo bist du? Ich bin hier schon, äh... Okay, schieß dort mal rein, ja? Fuck, der hat mich gesehen. Nee. Nicht gesehen? Ich hab einen weggeballert. Jetzt hab ich nur noch ne Piste. Wer nicht wegge... Oh, Leo. Pass auf. Lass doch mal probieren, unentdeckt zu bleiben. Ich bin fast tot. Ich hab nichts, mit dem ich unentdeckt bleiben kann. Natürlich. Rangehen. Dann bin ich ja immer zwischen 5 Gegnern. Na, man muss schon ein bisschen mit Geduld leben. Nicht so durchfurcht. Okay. Nein! Hilfe! Äh... Ich helfe dir. Ich bin gleich tot. Lebst du wieder, Leo? Warte. Hast du respawned? Ich bin nicht... Ich bin nicht gestorben. Ich hab's grad so überlebt. Alter! Okay, den Zivilisten. Alter, der hat zum Bukuila, Alter. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Mädchen. Ich bin Merle. Merle Brinks. Okay. Ich setze mein Hobby um. Ich klaue. Hör doch mal zu. Ich hab's noch. Ihr müsst abhauen. Johns Leute sind durchgedreht. Die schreien irgendwas über Siegel und einen Kollaps. Sie sind im ganzen verdammten Tal. Und auf dem Weg zu euch. Ihr müsst euch verpissen, okay? Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Hört ihr mich was halten? Ja, ja. Ich hau bestimmt gleich ab. Ich muss hier noch ein bisschen was kaputt machen. Hi. Okay. Okay. Verfolgen. Ah, ver... Sorry. Oh, da müssen wir noch ein Stückchen fahren, Leo. Ähm, wollen wir erstmal... Lass erstmal hier blindern. Ja, ja, klar. Oh, guck mal. Alter! Ein Arcade-Game. Oh, nice. Ja, das ist Host-Only. Das ist so ein Scheiß. Nein, spiele Solo und Coop. Als ob. Multiplayer. Oh, ich bin nur abgeklettert. Also, warte mal, nee. Junge, ich bin... Ach, man. Viele so im Chor. Bist du mit drinnen, ja, ne? Warte. Ich kann auch nicht reagieren. Oh, was macht man da? Ich kann auch nicht reagieren. Ja, das mache auch ich. Und jetzt? Äh, nee, ich wollte dich nicht melden. Äh, wie kann man's denn jetzt spielen? Koop spielen. Verlässt die Kampagne. Dein Spiel wird jetzt gespeichert. Nee, warte. Lass mal. Okay. Dann spielen wir jetzt nochmal. So. Äh. Ey. Hallo. Ich will doch... Ah. So blöd. Ich blinder. Naja, du brauchst ja nicht das ganze Dorf. Das lohnt sich. Das lohnt sich bestimmt. Ich hab nen Baseballschläger. Oh. Ja. Wow. Was war das denn? Ja, die haben geballert. Leo, bist du noch da? Ich bin... Da. Wo haben sie geballert? Hier, hier ist irgendwas explodiert und dann wurde geschossen. Hey! Oh. Oh, Leo... Oh. Alter, ich hab ihn. Ja, bist du... Ich bin... Fuck. Ah! Fuck! Ich bin down. Ich hab... äh... Plötzlich nachgeladen. Alter, wie oft ich jetzt einfach schon down gegangen bin. Ja, du musst mal ein bisschen... Ja? Du musst ein bisschen bewusster spielen, nicht so durchwurschen eher. Aber das macht Spaß. Ja, es ist aber erstens scheiße für die Auflage und... ...mach das nicht so... ...mach das nicht so viel Spieltiefe. Guck mal Leo, hier kannst du dir überall die Waffen mal wechseln. Ja, hab ich schon, ja. So, wollen wir hier das Auto nehmen und dann da... Da... Du hast nämlich ne... ...ne ganze Strecke fahren. Hey, lass doch ein kleines bisschen blindern hier. So... Alter. Das Auto hat einen lauten Motor. Boah, mit schönen Sitzen! Nice, ne? So, zweimal steht. Okay, ich hab nen Baseballschläger. Kommt der Typ auch mit? Sinan, warte, Sinan, du fährst so vorbei an Gegnern, dass... Das? Äh, dass ich die Baseballschläger bekomme. Ja. Äh... Kriegst du das hin? Ich muss doch gleich essen. Okay. Wird schwer. Ja, ich würd auch nur noch kurz machen, Leo. Wenn du merkst, dass dieses Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es ne Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Pfille zahlen. Ja. Okay, sonst geht man. Dann war die Karriere. Also, ich würd sagen, wir fahren jetzt noch dorthin, und dann beenden wir die Folge auch wieder. Okay. Ich hoffe, das geht jetzt noch in die Richtung dort. Warte mal, ich guck mal ganz kurz in die Richtung, äh, wo das... Ja, einfach geradeaus. Ja. Ja, die Straße... Ja, die Hauptstraße. Stimmt, du kannst ja einfach gucken. Ah, du hast, okay. Ah, ich find das Autofahren übelste geil, wir machen das richtig fahren. Alter, wie die immer in uns reinfahren! Die folgen uns. Ja. Äh, die sind schneller als hier, oder? Ja, aber ich hab zumindest schon mal den Beifahrer. Okay. Ja. Wie, am besten einfach den Fahrrad... Soll ich meinen Baseballschläger danach werfen? Wie einfach immer den Fahrrad zu nehmen, weil dann... Ich hab's eigentlich probiert, ich dachte, wenn er tot ist, hätte er mich direkt auf den Beifahrer geschossen. Ja. Schöner Rollschwip, Alter. So stellt man sich das vor. Es ist ein Spaß beim Fahren. Okay, hab ihn. Wow! Ähm... ... ... ... ... ... ... Echt den Fahrer? Ja, oder was? Nee, die fahren einfach weiter. Alter, voll dem heftigen Wagen. Jo. Richtig geil, Alter. Autofahren finde ich echt mega geil. Ja. Aber es ist echt udelst einfach in dem Game. Jo. Warte, wer ist jetzt oben? Hat der einen Flammenwerfer? Kannst du kurz... Der hat einen Flammenwerfer. Ja, egal. Lass uns jetzt zu unserem Ziel fallen. Der hat aber einen Flammenwerfer. Ja, ja. Verlust der Luther. Das Spiel ist echt mega nice, muss ich. Okay, wir sind fast da. Ich sage, wir parken hier. Und beenden. Oh, da kommt von hinten welche. Ähm... Nice. Okay. Beenden wir jede Folge, Leo, ne? Mhm. Und beim nächsten Mal... Ja, alles klar. Also, Leo. Das ist so richtig weird, wie du dann ins Auto rumkommst und nicht so zählen. So, ich würde sagen, beenden wir hier die Folge, ne? Und beim nächsten Mal... ähm... beim nächsten Mal... gehen wir dann dorthin und greifen. Okay. Ähm... Ähm... Fick dich. So. So. Wernst du die Folge? Okay. Das war's mit der heutigen Folge, oder mit der... äh... zweiten, dritten Folge von ähm... ... Okay. Hast du angemacht? Ja. Ne, noch nicht. Okay, lass mal einen Boxkampf machen, ja? Okay. Nö. Ich schluck dich so kaputt. Nein! Ah, fuck it. Hä? Dev? Wo bist du? Okay. Kann man eigentlich abwerten? Kann man keine abwerten? Ne, kann man nicht. Alter! Alter! Alter, ich bin richtig scheiße, ey! Ja! Hab ich dich auch mal getroffen, Leo? Nein! Als ob! Noob! Okay. So. Richtig schön Leichen schinden. Reicht! Nein! Okay. Dann. Weichern! Ach, Leo! Oh! Okay.